Hi Leute, Rawletics hier. In meinem Kanal geht es rund um Rohkost, Sport und Psychologie, aber immer im Hinblick auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise und immer den ganzen Menschen betrachtet. Und ja, wenn euch das Ganze interessiert, dann schaut euch die Videos an, abonniert den Kanal und ja, viel Spaß beim Videos anscheinend. Ciao Leute! Ja, ich denke, es ist einfach immer ganz gut, alles in verschiedenen Ebenen, Körper, Geist, Seele anzugehen. Für die einen mag es leichter sein, seine Ernährung umzustellen und dadurch verändert sich auch so viel im Geist. Für den anderen mag es besser zu sein, seine Einstellung zu ändern. Damit kommt er meistens auch zu einer besseren Ernährung und so weiter und greift nicht mehr zu irgendeinem Junkfoto oder so. Und so ist, denke ich, immer alles verbunden und je nachdem, was einem da besser liegt, ich möchte immer auf die verschiedenen Punkte eingehen und ich denke, dass sich da dann jeder das Beste raussuchen kann, wie er seinen Weg gehen möchte. Und ich möchte euch zeigen, wie ich meinen Weg gegangen bin und was mir das geholfen hat hat und wie ich dadurch weitergekommen bin und vorangekommen bin. Ja, genau. Wenn euch das Ganze also interessiert, abonniert den Kanal. Peace! Aus... Aus... ...wee putting up ...resistanz... Aus... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020